Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn es dir gefallen würde, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, es kostet Lust und verpasst in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem lasst gerne mal ein Like hier unter dem Video da, schreibt irgendwas in den Kommentaren und teilt auch gerne das Video, würde mich auch extrem supporten. Eigentlich wollte ich gestern hier noch ein Video raushauen zum Live Event, aber da das irgendwelche Problem mit den Servern gestern gab, bin ich nicht ins Spiel reingekommen. Und das über zwei Stunden nicht, was relativ ärgerlich war. Ich glaube, die zwei Stunden danach lagen daran, dass ich mich eben halt zu oft versucht habe einzuloggen, was eben halt zu einem gewissen Zeitpunkt nicht ging. Und danach konnte ich mich eben nicht einloggen, weil ich mich davor zu oft eingeloggt habe. War dann etwas problematisch, aber so ist es nun mal. Heute wird dann allerdings natürlich ein Video zu dem Star Wars Event kommen, beziehungsweise nicht zum Star Wars Event direkt, sondern eben halt zu den Neuigkeiten, die da mit reingekommen sind. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und heute haben wir einen relativ coolen Skin tatsächlich im Shop, der auch verschlüsselt war, was relativ cool ist. Ist ja zur Zeit, dass die meisten Skins für Weihnachten verschlüsselt sind. Ist auch dieser Skin der Weihnachtsschoper. Skullschoper einfach in einer Weihnachtsvariante. Ist tatsächlich meiner Meinung nach die beste Skullschoper Variante und sieht auch relativ cool aus. Kann sich auf jeden Fall kaufen. Dazu die Prügelzweig-Spitzhacke, die auch relativ cool aussieht. Dann noch der dunkle Dino-Commando-Skin. Einmal in der violetten und in der Standard-Varianten. Dazu nochmal das dunkle Dino-Baby. Hat genau die gleichen Varianten. Ebenfalls der dunkle Rex. Auch in violett und Standard. Hinten das Backpack ebenfalls. Dazu die dunkle Dino-Knochen noch. Dann haben wir als nächstes den Fennec-Skin. Dann heute neu auch die Ho-Ho-Ho-Lackierung. Ebenmal aus dem Schäle-Einheits-Set zum Skullschoper. Mit einem Camouflage-Roten und Weißen-Look. Sieht ganz nett aus. Ist jetzt aber auch nichts allzu besonderes, dass es nicht animiert ist. Dann haben wir noch den Katastrophen-Skin. Ebenen mit dem giftigen Skätzchen-Backpack. Dann die Fork-Knife-Spitzhacken waren auch schon relativ lange nicht mehr im Shop drin. Kann man in zwei verschiedenen Varianten haben. Einmal entweder Fork-Knife, das heißt Messer rechts, Gabel links. Oder eben halt andersrum Gabel rechts und Messer links. Dann als nächstes haben wir noch den Naruto-Run, beziehungsweise den rasenden Ansturm-Emote. Und dann kommen wir zum Star Wars Shop. Ich werde den jetzt einmal kurz durchgehen. Wenn ihr nicht genau sehen wollt, schaut einfach das Video von gestern. Da habe ich den nochmal etwas detaillierter vorgestellt. Auf jeden Fall einmal haben wir den Fenskin, dann den Ray-Skin und den Thief-Trooper. Als nächstes haben wir den Rays-Kampfstab als Spitzhacke. Dann haben wir den Schlagstoff-Spitzhacke. Den Thai-Jäger der ersten Ordnung. Und Widerstand-Daumen hoch. Dann haben wir noch den Verräte-Emote. Und als letztes nur noch einmal Banner des Widerstandes und Banner der ersten Ordnung. Als Geschenk kaufen. Ist ganz nice auf jeden Fall. Das war es dann mit dem Morning Shop Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.